Wo? Ich sag das. Zeta abschießen? Es kommt drauf an welcher. Die haben hier nichts zu suchen, oder? Nur seit Tova. Ich hasse die Sniper, ich hasse sie. Sag mir wo. Da bei meiner Position. Da ist ein Zeta. Und zwar genau bei mir. Genau bei dir. Genau in dem Gebäude, von dem ich gerade stehe. Boden bewaffnet, oder was? Nein, der hat gelootet. Gerade den Alkaze. Dann die jetzt hier aufgetauscht sind. Ich hasse die Sniper. Wieso müssen sie alle mit der Sniper spielen? Ich versteh's nicht. Er ist in dem Haus oder was? In dem Haus, vor dir. Da im Haus ist er reingelaufen. In dem Haus, wo ich gerade rechts und links laufe, um zu schauen ob er wieder rauskommt. War das hinter uns los? Ja. Warum schießt er? Kann ihm aber nichts sehen. Hat einer von euch nachgeladen? Nein. Ich hab auch gehört. Das ist in dem Haus hier bei mir. Direkt an der Kreuzung. Das hier an der Straße, wo ich auch stehe? Nee. Doch, ich stehe da. Oh, hat das Haus nach hinten? War noch ein Ausgang? Also nicht zeitlich, sondern nach hinten weg? In dem Haus? Das ist sauber, wo ich jetzt drin war mit der kaputten Garage entnehmen. Da ist der Zeta reingelaufen. Ist aber nicht mehr. Ja. Könntest du mir sagen, was für ein Zeta das war? Zeta. Genau hab ich nicht gelesen. Zeta und ich hab schon angelegt gehabt. Ich hab das nachladen können, wenn sie noch weiter hinkriegen. Hat beschlossen? Ja. Bei mir im Haus ist er. Ja, der ist selbst. Der Rest darf sich hier nicht mehr aufhören. Was? Ja, die sind alle um 18 Uhr etwa gestorben. Eine Minute davor und Punkt 18 Uhr. Und der jetzt zehn nach. Die totale Ausrottung. Hat er da Sniper gehabt? Ja. Baut ganz viel Munition für die Sniper. Der hat bestimmt irgendwen gelootet gehabt. Ja, das ist alles vom Krieg und das Zeug. Will irgendeine AR jetzt so? Ähm... Ja. Ich würd's nehmen. Ich hab nur das RCO. Ich mag es nicht. Auf der MK200 hier. Wohl geht's. Ja. Ja.